Hey, meine Rahe Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebru. Hallo. Ah, guck mal hier in der Mitte ist immer das Jump'n'Run. Ah, dass das gleich kommt oder... Ja, ja. Leute, es gibt verschiedene Jump'n'Runs, Wettrenne mit jedem Gewinn. Sammelt man Punkte, die man dann einlösen kann gegen bessere Ausrüstung. Also es ist jeder gegen jeden, Leute, es geht los. Man hat verschiedene Rennstrecken, die man absolvieren muss. Die Münzen kann man einsammeln, kann man aber auch sein lassen. Und wir racen direkt hier Platz 1, Leute. Oh nein, der rennt auch direkt durch. Bisher war es auch nicht sonderlich schwer. Ich habe mal gedacht, dass Rote nicht berühren. Wir machen den Move. Ah, wo? Tja, was kurz erwirbt, ne? Ja, ich habe es berührt und bin nicht gestorben. Deswegen dachte ich mir so, hä? Oh, ich habe es auch berührt, hä? Meine Wege sind los. Wenn du, glaube ich, komplett draufstehst. Der ist ganz knapp vor mir, äh, hinter mir. Nein, was macht ihr? Oh, sagt nicht so schnell. Könnt ihr nicht mal sterben? Der ist nicht schlecht, der Typ. Ah, das ist... Ah, die Map heißt auch... Aber nicht gut genug. Oh, Viktor. Er hat 10 wins, aber nicht gegen mich, Leute. Easy win. Und... So, wir können uns hier Sachen... Oh, oha, Alter, ich will den hier. Ha, sehe ich jetzt so aus? Guck mal, wie ich aussehe. Alter. Hey, wo hast du das geholt? Ja, in dem Shop hier einfach. Den hat man... Oh, ich will den hier. Ich will der... 1.000? Alter. Ich habe nicht mal ansatzweise 1.000. Ich habe 81. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, mega nice. Ich bin Elida, alle. Haha, das ist echt so. Und ich bin... Äh... Ich bin Ero. Hey, guck mal, der hat sich auch umgeändert. Ja, Viktor, ja. Ja, leider sind die Sachen... Ich würde mir... Ich wäre gerne der Verbrecher... Oder... Oh, wo sehen wir denn, wie viel Geld... Ah, da unten. 104. Oh, Alter, das ist so schön. Alter, das ist so schön. Aber... Oh, der Polizeioffister Nash, der würde ich gerne sein für 7.5. Aber ist leider sehr teuer. Alter, das ist ein Mädel für 12.000. Wie viel kriege ich denn für einen Sieg? Kriege ich jetzt fett Münzen? Weiß nicht. Oder kriegst du nur die Münzen, die du dort einsammelst? Dann habe ich nicht viel, auf jeden Fall. Wee, wee, wee. Weil die brauchen ewig die Luschen, ey. Okay, noch 10 Sekunden. Denkst du, irgendeiner schafft es noch? Nein, die sind überweil weg. Ist es nur einer? Oh, ups. 37,9 Sekunden. Bestzeit, 41 Münzen. Alter. Ja, es sind, glaube ich, wirklich nur die Münzen, die wir einsammeln. Aber mir steht 42 Münzen. Ich versuche hier gerade herauszufinden, ob es hier eine Bestenliste gibt. So mit Zeiten, das wäre cool. Ob Gewinne... So Weltrekorde, weißt du? Ja. September, Topgewinne, Coins Collected. Obirash, Game Passes, Merch. Hier ist ein Labyrinth. Denkst du, da sind auch Coins drin? Ja, aber in 16 Sekunden werden wir das wohl kaum schaffen. Reben, Ben. In 16 Sekunden, das wird wohl knapp. Ey, 11, 10, 9. Oh, ich habe es jetzt keine gesehen. Go Kart. Das ist eine Easy-Map. Was war das gerade für eine Map? Nee, das war die, die eben gerade war. Ah ja, das ist ja okay. Ich bin mal schwer, ey. Kann man das irgendwie... Ich habe das Ziel, aber ich bin falsch. Aber ich habe es. Wieder Easy-Cast. Castle-East. Oh, das sind voll viele. Oh, ich habe den Start ein bisschen verpasst. Oh mein Gott, das hat richtig rumgebackt. Oh. Anscheinende Sekunden, die mir jetzt hier fehlen. Ich hoffe, ihr fehlt. Hä? Ey, du bist ein bisschen stehengewinnen. Ich habe gar nicht gerade, wo man hin muss. Irgendwie war die Decke dann vor meinem Gesicht. Okay, ich habe überholt. Oh nein, ich bin zu früh geschwungen, wollte ich gerade sagen. Aber will ich doch nicht. Oh nein, Ben. Du hast den gleichen Move gemacht. Ja. Aber er glaube ich nicht, ne? Weiß es nicht. Ah! Oh nein. Ich bin echt nicht überholt. Das wird so ein Weltrekord-EU, Alter. Ich bin so schnell. Ja, richtig gut. Aber ich würde mich nicht so früh freuen. Ja, ich kann runterfallen, dann war es das. Ja, das stimmt. Nein! Boom! Oh Mann, ich bin glaube ich wieder... Oh! Boah, Jump Run, Alter! Nein! Ich bin eine Maschine. Was ist los, Ebo? Ohne Fehler. Doppel-Win. Nein, oh Mann! Schafft erst. Stimmt. Ja, ist ein Ziel. Ja, aber du hast jetzt einmal... Nee, er hat beide Male gewonnen gegen dich, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ich bin wieder das dritte... Nee, das zweite Mal dritte geworden. Und jetzt Coins sammeln. Oh, das ist echt eine clevere Idee. Ups. Aber ich habe schon voll viel eingesammelt gerade. Ja, ich auch. Hier ist noch ein Coin. Oh nein, hier kommt man nicht weiter. Oh, Trampolin-Action. Oh, so ein Trampolin-Jump Run wäre nice. Oh, das wäre richtig cool. Aber ich glaube, ich würde das komplett nicht schaffen. Ja, das wäre schwer, aber das wäre auch cool. Castle. Und ich glaube, es ist das, was jetzt immer kommt. Das war da keine Castle da gerade. Oder? Äh, doch. So heißt die Mamp. Das, was da steht, ist die Mamp. Oh, Alter. Ui, ich speede hier. Ne, man ist mega schnell auf den Dingern. Ja, ich habe das gerade gemacht. Alter, ein Jump Run mit dem Speed wäre mal geil. Hier ist ein Bällebad. Uh, let's go up zum Bällebad. Oh, okay. Da werden jetzt keine Zeit mit 2-1. Ich habe es mir besonders vorgeschickt. Ich will mal ein schweres Level. Difficult. Nice, nice, nice. Schwer. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst, Victor. Okay, das zählt nicht. Die Kamera war komisch. Das war richtig der Fail. Ja, ja, ja. Mann. Oh, das ist wirklich schwer jetzt. Ah, nein. Ich hätte es fast First Try dort bis zum ersten Checkpoint geschafft. Das ist wirklich schwer jetzt. Das ist richtig schwer. Oh, nein. Oh, Victor ist wirklich gut. Das ist ein guter Gegner. Man bounced manchmal so ab, dann muss man stehen bleiben. Nein, ich tue die Kopf, Sohnheimer. Victor ist gut, Alter. Ich glaube, jetzt zieht er mich hier an dem Level. Oh, er ist mega weit schon. Oh, okay. Oh, nice. Er hat übel verkackt. Er wurde richtig weit nach hinten geschleudert. Opfer einfach. Nein. Dass ich auch holen kann. Nein. Oh, Alter. Ich dachte, ich schadze es nicht mehr. Ich bin richtig am konzentrieren hier gerade gegen Victor. Die Wu ist ja leider kein Gegner. Hey. Hey, Leute, du bist auch ziemlich weit, ne? Ja. Du bist wie Victor gerade, ne? Aber der Victor hat auch verkackt. Ja, da habe ich aber auch ein paar Mal verkackt. Das ist schwer. Weil ich den Sprung verkackne. Ich hätte geheult. Oh. Okay, nicht so schlimm wie am Vorsprung. Oh, nein. Oh, Ben. Victor wird wieder Zweiter und ich werde wieder Dritter, glaube ich. Nee, ist schwer. Der verkackt nochmal. Darfst du nicht verkacken? Ja, da hat er... Boah. Drei Siege in Folge. Schwierigkeitsgrad. Schwierig. Easy. Du hast noch eine Chance, Ivo. Der wird verkackender. Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad. Siehste? Habe es gecallt. Oh, nein. Jetzt bin ich nervös. Oh, nein. Jetzt bin ich nervös. Nein, nein. Ich gucke weg, Ivo. Ich sehe es nicht. Okay, danke. Ich gucke weg. Ich gucke die Wand an. Jawoll. Ja, ich bin feiner. Hab gelogen, hab doch geguckt. Nein, ich muss mich auch noch einsammeln. Tja, Victor, was sagst du jetzt? Der ist runtergefallen nochmal. Neues Rennen. Ohne Ebro. Neue Lobby. Wir haben neue Gegner. Das sieht cool aus. Das ist medium. Neue Gegner vor allem. Okay, der eine hat auch null Fails. Neue Gegner ist eine neue Lobby. Keine Ahnung, wie gut die sind. Sieht gut aus. Null Fehler bisher. Ja. Okay, Checkpoint wichtig. Ich hau dir ganz genau zu, Ben. Ja? Keine Zeit hochzuholen. Oh, ich habe ja mehr Achievement bekommen. Weil nicht runter. Nein! Weil ich auf das Achievement geguckt habe. Oh, nein. Ich habe das jetzt verliere. Das wäre ja... Oh. Ha! Da ist aber einer hinter dir. Ganz knapp. Ach, du darfst jetzt nicht sterben, Ben. Stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht. Hallo, sei ruhig. Ben, stirb nicht. Saved. Oh. Das ist eins. Zacker. Gewinne fünf in Folge. Ach nee, gewinne allgemein fünf. Ah, ich habe auch fünf in Folge gewonnen. He he. Ich habe auch fünf in Folge. Elisabeth, was sagst du dazu? Losche. Nix? Alles klar. Oh, nice. Alter. Ah. Instrumente schwierig. Ben, ich bin gerade noch das Weiße gesprungen. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich dachte, da kann man drauf springen. Ach so. Ich dachte, du bist hier durch die Map geglitscht. Das sind so Zylophondinger. Alter. Ich hätte das immer total gerne... Oh, Iroh, du warst ja plötzlich bei mir. Ja. Hä? Ach so, man muss auf diese... Ach so. Da verrate ich aber nicht. Aber ich bin da... Das ist missverstanden. Nein. Was? Jetzt sollten wir mich jetzt zwei überholt haben. Oh nein, Leute. Das ist meine erste Niederlage. Oh nein. Oh nein. Ich verkackt die ganze Zeit. Nein, ich habe wieder verkackt. Das ist voll schwer, die Stelle. Aber auch nur, weil ich abkürzen will immer. Oh. Jetzt haben wir es. Okay, ich habe... Oh nein. Bist du unter Druck, Iroh? Ja, ich bin sehr, sehr nervös. Bitte verkackt da vorne. Bitte verkackt. Bitte verkackt. Jawohl, er hat verkackt. Iroh, es ist ein Rennen zwischen uns. Bist du nervös? Wir sind genau ineinander. Oh mein Gott, das ist so knapp. Nein. Oh, hör auf, Mann. Du bist so gemein. Ja, ich wusste ja. Ich wollte gewinnen. Ich bin wieder Dritte. Oh Mann. Es war so knapp, ey. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Und abonniert meinen Kanal kostenlos. In 3, 2, 1. Abonnieren. Jetzt. Los, go. Ja, meins. Okay. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.